Jo, und willkommen hier zu etwas Besonderem mit dem Gameran Let's Play, denn wir spielen Smash und ich möchte ihn heute gerne zerbersten. Oh ja, gerne doch. Ich habe gehört, du bist ziemlich gut. Und da die letzte Smash schon eine sehr, sehr scheiße war, hoffe ich jetzt einfach mal darauf, also scheiße im Sinne von schlechte Körper, hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass du richtig extrem gut bist. Aua. Oh, schau mal, da ist ein Tier hinter dir. Was für ein Item? Was? Du hast voll das Cheater-Item gekriegt. Das kenne ich ja gar nicht. Der hat sich jemand gehackt. Das gibt es gar nicht. Das ist ein bisschen mit mir. Nein. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe überhaupt nicht geheilt, dass da das Ende ist. Oh mein Gott, ich brauche unbedingt was zu phrasen. Zu phrasen? Oh Gott, ich brenne. Scheiß drauf, YOLO. Ich habe einfach kein Zucker gefressen. Ja, geil. Geil. Mit ein bisschen Glück komme ich jetzt zu dir und genau dann kriegst du den Debuff. Aua. Oh ja, fliegst du weg, ich meinte das. Oh, komm, geh weg. Geh weg. Manu, geh weg. Geh weg, nein. Komm doch, nein, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich mache dich. Ey. Jetzt mal wegfliegen. Flieg doch mal. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter oben. Oh nein, Gott. Oh nein, 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 nein. Ah, fass. Ey, der Trick ist so geil, ne? Damit haben wir schon so oft den Arsch gerettet. Ey, Manu, hinter dir. Warte doch mal. Ey, nee, 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 nee. Ey, ey. Oh nein, nicht das Teil, Alter. Das ist so geil. Ein richtiger Wichser ist das Item. Oh, nee. Nee, bitte nicht. Aber mein Eichel tut weh, dir brennt. Oh Gott. Ey. Oh Gott. Warte mal, ich suche ein Item. Hi. Ich suche Arme, Alter. Ich hab mich grad sogar verschwunden. Boah, Alter. Ich bin voll weggeflogen. Ich hab schon viel zu viele Prozente. Ja, mein Kick, Alter. Oh, ein Schneeball. Oh, jetzt bist du tot. Boah, hab ich nicht erwischt. Du hast nur Schaden dadurch bekommen. Richtig krass. Oh, 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 oh. Hä? Hä? Nein. Oh, ja, wie weit bin ich stehen geflogen? Oh, Mann. Voll der Heckhauer. Heckhauer. Wo bist du? Da bist du. Hi. Kann man sich mit sich ficken. Hi. Die wollte ich eigentlich haben, deswegen bin ich auch gestorben. Ich hab die Map im Addison noch nie gespielt. Also so lange hab ich schon zweitig mehr gespielt. Warum fliegst du nicht weg? Du hast doch schon so viele Prozente. Ja. Oh, nee. Oh mein Gott, nein. Nein. Willst du runter? Nee, nee. Komm, wir laufen hier. Oh. 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 Stimmt. Guck mal, wie ich schon mehr wegfliege als du, obwohl du mehr Prozente hast. Du fliegst gar nicht. Nein. Scheiße. Okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Runde. Okay. Wir haben gerade noch unseren Kock angestarrt. Das war auch sehr erotisch. Ich schneide das nicht weg. Ich lasse das so. Oh Mann. Ich werfe die einfach, weil ich denke, ja, treffe die sowieso nicht, aber, okay, nee, komm. Ich will das Schwert. Ticken. Ich habe eins. Hey. Boah. Nein. Nein. Du hast doch gerade runtergefallen. Nein. Ja. Du hast doch gerade runtergefallen. Was war das denn? Alter, schlechtestes Runde. Irgendwann. Der hat das Fleisch gekriegt. Oh mein Gott. Oh nein, du hast den Bogen. Fuck. Ja, aber normalen. Fuck, Alter. Es hat nicht ernsthaft geworfen. Doch. Was? Oh, flieg. Das ist zauber worden und du hast die Macht. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Komm, stirb. Oh Gott, nein. Ja, getroffen, nice. Holy Moses. Oh Gott. Urgott. Oh, sind hier viele Items. Nice. Der, du bist ein Jude. Nein. Ja, flieg einfach. Nein. 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 Ja, 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 ja. Ha, jude Witz. Oh. Jetzt habe ich ein Schwert. Das ist so spannend, ey. Das ist die geballte Ladungsspannung. Das macht keinen Sinn. Oh, geh weg, man, da hat scheiß Angel. Ich hasse die Angel voll. Die ist gar nicht so toll, wie alle immer sagen. Was? Nein, nein. Wow. Ja, ja, ich lebe doch hier. Komm, geh weg. Oh, ich habe ein Jetpack, cool. Wusstest du, dass du jetzt ein Jetpack in der Hand hast, du einfach 50% weniger Schaden machst mit dem Schlag? Echt? Ja, hat mir einer gesagt und ich habe es getestet. Also machst du einfach irgendwie zwei Schaden anstatt hier. Du bist tot, meinu. Nee, ich lebe. Was? Ja, ich habe ein Jetpack. Was ist los? Aus lag? Aus lag? Ja, was war das denn? Ich bin ja fast der Ex-Soleer. Ey, also, langsam. Langsam denke ich mir halt so, nee. Los, komm. Komm her. Los, komm nicht. Oder Speed. Nee. Hat nämlich gerade so Pling gemacht, habe ich mich schon gewundert. Flieg! Ich will nicht. Los, komm, flieg. Ja, du bist ein Judo, der brennt. Ich will gar nicht. Was? Hä? Bei mir ist du voll geleckt, du Hacker. Aimbot hat, nee, aimbot, aimbot, tut mir leid. Zwing nicht. Ich habe das jetzt passiert, einfach nicht. Manu, hast du was zum Futtern? Alter, ja, guck mal, wie mal ich weggeflogen bin. Oh, hier ist ja echt was zum Futtern. Ja. Oh, do you, damn. Halt mal auf. Halt mal auf. Manu hat mir vor der Aufnahme gesagt, ich soll ihn gewinnen lassen, deswegen muss ich ein bisschen. Ja, muss ich jetzt mal langsam. Nein, 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 Ah, jetzt kriege ich dich, jetzt kriege ich dich. oh, oh, oh Gott, ich hatte gerade den bösen Effekt. Na, den bösen Effekt. Ach, das Ding hat so geglitzert, wie so eine Prüfung ist. Der Hitler-Effekt. Das wäre doch nicht der Hitler-Effekt. Hitler war doch nicht schwarz. Oh, bist du weggeflogen? Ja, sauber. Fuck, fuck, fuck. Oh, oh. Ich hätte mich fast selber damit getroffen. Boah, Junge, ich habe gerade voll den Herzenfuck bekommen. Oh Gott, nein. Das Kampf fliegt weg. Nee, ich meine nicht. Oh, was? Oh, ah. Los, weg, los, komm da hoch. Los, komm hoch. Okay, ich komme. Warte mal, lass mich, wie, komme ich denn da hoch? Gar nicht. Nein, nein, okay, das riecht nach einem Rematch. Bist du ein dreckiger Bastard, ey. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens ein spannendes Rematch noch vor uns. Das wird dann demnächst hochgeladen. Auf glp.tv. Oh, kommt man da hoch? Nee, kommt man nicht. Schade. Guck mal, ich dachte gerade, dass er mir vielleicht noch hoch kann, aber er schreibt er ja nicht. Mach zu. Und ich würde sagen, er warth, wir sehen uns bei der nächsten Runde, der Link zu seinem Kanal ist in der Video Beschreibung. Aha, tschüss Leute. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.